Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr wisst es, meine Videos sollen keine Anlage oder Finanzberatung sein und ich habe natürlich keine Glaskugel vor mir stehen. Und viele, die meinen Kanal schon seit Januar verfolgen, wo ich gestartet bin, sagen immer wieder, Alex, du vernachlässigst ein bisschen Xiaomi. Xiaomi, absolut richtig, kann ich nichts gegen sagen, aber ich hoffe, ihr könnt es teilweise nachvollziehen, dass man natürlich nur auf Themen eingeht, die ja aktuell relevant sind. Und AMC ist nun mal in aller Munde, also es gibt glaube ich keine Aktie aktuell mehr gehypt wird als AMC und GameStop. Und klar, Xiaomi ist für mich immer noch das, wie soll ich sagen, das Unternehmen, das beste Unternehmen der Welt. Nichtsdestotrotz gibt es da halt nicht immer jeden Tag diese News wie bei AMC. Deswegen entschuldigt, wenn vielleicht nicht so oft Xiaomi-Videos kommen. Ich hatte auch versprochen, dass ich daran arbeite, mehr Videos zu machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, 10 Stunden Job, Stunde nach Hause fahren, Familie, Tochter, AMC-Video. Also es ist sehr viel natürlich gerade. Und deswegen heute mal wieder ein Xiaomi-Video. Es gibt eine Nachricht, die gerade überall durch die Welt geht und da möchte ich gleich einmal zu kommen. Aktuell beim Qualitätscheck hat Xiaomi weiterhin 10 von 15 Punkten. Natürlich, wo sie Punktabzug haben, ist eben nur Stabilität, Performance im letzten Jahr und die Volatilität. Ist aber bei Xiaomi eigentlich kein Wunder. Im Wachstumscheck hat Xiaomi auch 10 von 15 Punkten. Das ist sehr gut. Und wo die letzten 5 Punkte fehlen, sind eben hier die letzten 3 Monate, 12 Monate, Abstand 52 Wochen hoch, Abstand, Leitner Durchschnitt 200 und so weiter. Also es ist gerade sehr schwierig mit Xiaomi. Aber es gibt eine sehr gute Sache und zwar ich persönlich glaube, dass Xiaomi aktuell ein guter Einstiegszeitpunkt ist, wenn nicht sogar ein Nachkauf- oder Nachkauf-Zeitpunkt. Bevor ich aber auf den Chart drauf eingehe, noch einmal kurz die Kennzahlen. Ihr seht es hier, am Freitag ein Minus von 2,95%. Eigentlich fallen sie gerade Woche für Woche, Tag für Tag. Der KGV aktuell bei 18,8. Nächstes Jahr soll bei 18,2 liegen. Kann man natürlich jetzt so nicht direkt vorhersehen. Nichtsdestotrotz, die fundamentalen Daten sind sehr gut. Umsatz steigt. Die haben keine Schulden. Ja, Dividende bezahlen sie noch nicht. Könnte aber meines Erachtens nächstes Jahr kommen. Quartalsbericht wird wieder sehr, sehr interessant. Und natürlich auch die neueste Technik, die sie anbieten. Und gehen wir jetzt einmal direkt auf den Chart. Ihr seht es hier. Ich habe hier den Supertrend-Indikator. Ich habe hier ein paar Linien gezogen. Das ist schon ein bisschen her. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier ein Ausbruch nach unten stattfinden, sondern ich hätte wirklich gedacht, dass wir dieser Trendlinie hier weiter folgen. Aber im Supertrend-Signal sieht man hier eben, dass wir uns absolut einer Abwärtsbewegung befinden. Im Tageschart, im Stundenchart und so. Da braucht man bei Xiaomi nicht nachgucken, da wir hier ja nichts mit Daytrading zu tun haben. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir uns weiterhin sehr stark in einem Abwärtstrend befinden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir langsam wieder ein bisschen nach oben kommen. Ich hatte hier in diesem Zeitpunkt auch gesagt, es könnte jetzt leicht nach oben gehen. Gut, ist auch leicht nach oben gegangen. Und jetzt aktuell eben wieder ein bisschen geringer. Aber ich glaube, so viel weiter wird es nicht mehr fallen. Wir stehen bei 2,71 Dollar. Und ich glaube, ja, 2,50 Dollar könnten vielleicht noch drin sein. Aber weiter wird es hier, glaube ich, nicht mehr gehen. Und umso tiefer der Punkt natürlich hier ist, umso schöner oder umso größerer Anreiz ist es, für Leute einzusteigen. Das ist einfach so, das ist Psychologie, das ist menschlich. Der Kurs ist sehr niedrig und zeigt eben dann eine Umkehr auf einen Uptrend. Das bedeutet, wir könnten hier wirklich wieder einen guten Einstiegszeitpunkt finden. Also ich bin ja hier größer investiert. Ich habe jetzt die letzten Monate hier nicht nachgekauft. Ihr wisst es, ich habe hier eine sehr große Position. Nichtsdestotrotz würde der Kurs hier irgendwie unter 2,50 Dollar noch fallen, würde ich tatsächlich noch mal einen Ticken nachkaufen. Ich finde weiterhin Xiaomi langfristig gesehen sehr starke Performance. Ich rechne locker im nächsten Jahr mit wieder einem neuen Allzeithoch. Klar, man muss einfach ganz ehrlich sein. Aktuell ist China sehr, sehr problematisch. Es ist ja gefährlich nicht, aber man muss sich wirklich trauen, hier auf Risiko zu gehen. Ich könnte jetzt sagen, wir haben die letzten Monate nur positive Nachrichten über Xiaomi gehört, gesehen. Aber der Kurs ist trotzdem nur nach unten gegangen. Sie sagen, ja, absolut richtig. Nichtsdestotrotz, es ist die Problematik mit der Politik in China. Wir haben da jetzt so ja gar keinen Einfluss drauf. Und wir wissen auch nicht, was sie wirklich planen. Das ist wirklich ganz, ganz schwierig in China. Also in den USA, auch wenn Trump oder so ein bisschen komisch war. Nichtsdestotrotz muss man hier wirklich mit China aktieren. Und hier geht es nicht nur um Xiaomi, BYD oder 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 Tencent. Man muss wirklich aufpassen, was man hier macht. Man muss bereit sein zu zocken. Es gibt aber sehr viele Unternehmen aktuell in China, die absolut unterbewertet sind anhand des Kurses. Und man hier wirklich einen guten Einstiegszeitpunkt finden kann. Das ist so. Da werdet ihr mir alle recht geben. Auch wenn wir uns weiterhin im Abwärtsbrenn befinden, muss man eben gucken, wie weit geht er noch. Den Einstiegspunkt wird man eh nie den richtigen finden. Man muss sich aber auch bei Xiaomi wirklich im Klaren sein, es ist Risiko. Möchte ich kurzfristig Gewinne generieren? Wäre das jetzt auf jeden Fall ein richtiger Zeitpunkt? Möchte ich langfristig Geld verdienen? Ist der Zeitpunkt meines Erachtens nie der falsche. Denn die nächsten Jahre werden bei Xiaomi sehr erfolgreich werden. Es ist natürlich immer und immer noch das große Fragezeichen, was passiert mit der Regierung. Wie wird sie sich verhandeln? Was wird da passieren? Und das kann von uns keiner vorhersehen. Auch ich glaube Xiaomi oder 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 viele CEOs da drüben können es nicht sagen. Das wird sich von heute auf morgen immer drastisch ändern. Und das ist wirklich die große Problematik. Also abgesehen von Xiaomi halte ich überhaupt keine China-Aktie mehr. Da es mir tatsächlich zu riskant ist. Bei Xiaomi, ihr wisst es, war die allererste Aktie, die ich jemals gekauft habe. Und ich halte eine große Position, bin auch noch ordentlich im Plus. Denn hier bei Xiaomi denke ich wirklich langfristig die nächsten 5 oder 10 Jahre. Was gibt es sonst für Nachrichten? Und zwar, das ist nämlich gerade hier überall in den Social Media Kanälen und so weiter. Die Bundesbehörde prüft Xiaomi-Handy. Und zwar geht es hier darum, Litauen hat seine Bürger aufgefordert, keine China-Handys mehr zu kaufen oder zu verwenden. Und der BSI hat eine Untersuchung eingeleitet. Es soll hier eine Zensur geben, womit man, ja wie soll ich es am besten sagen, es lebe die Unabhängigkeit Taiwans oder die Demokratiebewegung. Sowas sollte zensiert werden. Ist auf den Xiaomi-Handys ausgeschaltet gewesen. Aber es war wohl möglich, aus der Ferne dies einzuschalten. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube die anderen Hersteller haben sowas genauso, verstecken es nur gut, die genau aus die personenbezogenen Daten abgreifen. Also da wird wahrscheinlich Apple auch ganz vorne sein. Auch Samsung wird da ganz weit vorne sein. Denn so können sie natürlich ordentlich Geld noch nebenbei machen, indem sie die Daten verkaufen. Xiaomi hat es jetzt getroffen. Ich finde aber sehr gut, dass Xiaomi sich hierzu geäußert hat. Hat gesagt, nein, das ist nicht so. Aber wir sind bereit, jede eklige Untersuchung zuzustimmen, Daten zur Verfügung zu geben. Das finde ich einfach wieder klasse von Xiaomi. Ich glaube auch nicht, dass sie so in dieser Art und Weise, wie es behauptet wird, wirklich diese Lücke offen gelassen haben. Glaube ich wirklich nicht, denn Xiaomi, das was sie so in den letzten Monaten erlebt haben, wäre das einfach ein Riesenfehler, wenn sie sowas machen würden. Denn Xiaomi wäre das Schlimmste eben, wenn sie irgendwie negativ in die Presse kommen. Ist jetzt leider passiert. Aber der Ausgang ist eben noch offen. Ihr wisst es, im Januar, als sie auf die Blacklist gekommen sind, hat auch jeder nur schlecht von ihnen gesprochen. Und dann ist doch bewiesen worden, dass es gar nicht so ist. Kam von der Blacklist runter durch beiden. Und das zeigt einfach, wie hartnäckig Xiaomi hier auch immer wieder versucht, die ganzen Verurteilungen gegenüber Xiaomi niederzulegen und bisher auch sehr erfolgreich. Und kommen wir jetzt einmal noch zu dem News über die Technik. Und zwar, Xiaomi plant ein rekordverdächtiges Smartphone. Was soll das bedeuten? Ein Handy mit einem 4K OLED-Display. Bildschirmauflösung 3840x2160 Pixel. Also wirklich sehr gut. Die anderen Komponenten sind jetzt nicht gerade die allerbesten. Finde ich aber auch nicht schlimm. Denn ich finde halt, und das hatte ich schon öfter gesagt bei Xiaomi, einfach das Grandiose, dass sie immer weiterentwickeln, immer neue Technik herausbringen, Patente anmelden und, und, und. Ihr müsst euch selber nur im Klaren sein. Möchte ich ein bisschen zocken, glaube ich an Xiaomi. Xiaomi, glaube ich auch in den nächsten Jahren daran, glaube ich, dass die chinesische Regierung hier Xiaomi eher in Ruhe lassen wird. Das sind so diese Punkte, die ich für wichtig halte. Denn wenn man hier nicht daran glaubt, dann sollte man auf jeden Fall die Finger von chinesischen Aktien lassen. Nicht nur jetzt auf Xiaomi bezogen, sondern allgemein. Denn dann ist man hier auf jeden Fall auf dem falschen Weg. Und sollte sich auch im Nachhinein nicht darüber beschweren, dass man hier investiert hat und hier wirklich, ja, Geld verloren hat. Also, es ist wirklich sehr interessant, was Xiaomi die nächsten Jahre, Monate hier noch passiert. Die E-Autos, denke ich mal, werden auch wieder Neuigkeiten kommen in den nächsten Wochen. Und dann werde ich natürlich auch hierüber berichten. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Nochmal sorry für die, ja, für das Video, das ein bisschen später gekommen ist. Aber ich denke mal, konnte mich schon vernünftig entschuldigen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.